Musik Diesen Wettbewerb gibt es ja seit 2002. Alle Tonverbände haben sich eingeklingt und in der Zwischenzeit ist es eben zu einem wohl der spektakulärsten Wettbewerber des Deutschen Turnabundes geworden. Röhrmatzop, so ein bisschen ausgefallen, Rope Skipping, natürlich Akrobatik, das ist klar, Tanz, all diese Dinge, Kunst und Sport kombiniert. Eigentlich die komplette Bandbreite, die der Deutsche Turnabund zu bieten hat. Röhrmatzop, so ein bisschen aus der Zwischenzeit. Röhrmatzop, so ein bisschen aus der Zwischenzeit. Bis zum nächsten Mal.